Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute gibt es eine ganz außergewöhnliche Review und das trotzdem auf meinem Hauptkanal. Wenn dich das kleine Mysterium interessiert, dann bleib da einfach dran. Schön, dass du eingeschaltet hast auf meinem kleinen Kanal. Ich habe ein schönes Video heute für euch vorbereitet, eine ganz außergewöhnliche Review, die mir sehr am Herzen liegt bei Ausrüstung, die einfach ganz fantastisch für Prepper ist. Das ist ein wirklich außergewöhnlicher Ausrüstungsgegenstand, der viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und deshalb dachte ich mir, ich mache mal eine wirklich umfangreiche Review dazu, um alle Vor- und Nachteile darzulegen. Natürlich findest du wie immer Links unten in der Videobeschreibung, also freue dich auf das Video. Worum wird es heute gehen? Es geht um das Gold des Badezimmers, es geht um die wichtigste Rolle in all unserem Leben. Um das Klopapier. Dieser wichtige Prepper-Ausrüstungsgegenstand darf in keinem Haushalt fehlen. In jeder Krise ist man immer froh, wenn man Klopapier zu Hause hat. Wir sehen hier Klopapier in der Ausführung handelsübliche Marke, zum Beispiel von Lidl. Wir haben ungefähr 200 Blatt auf einer Rolle bei dreilagig. Die Konnoisseure unter euch werden natürlich wissen, dass das vierlagige Klopapier dem Gesäß deutlich mehr schmeichelt als das dreilagige. Aber das dreilagige ist für die Mittelklasse pflichtbewussten, wenn es um die Geldbörse geht. Wer natürlich noch mehr Geld sparen möchte, der kann auch einfach das Schleifpapier kaufen, das einlagige. Gerne dazugreifen für 1,50 die Zehnerrollenpackung kommt man da sehr gut weg, außer natürlich der Hintern. Klopapier als Ressource wird hauptsächlich in Deutschland selbst hergestellt. Das heißt, es ist ein geschlossener Recyclingkreislauf, genauso wie natürlich das Wasser, das wir verwenden. Der interessierte und pflichtbewusste Prepper weiß natürlich, wann er sich davon Vorräte anschaffen muss. Deshalb habe ich natürlich die intelligentesten unserer Spezies schon gesehen, in frühen Zeiten der Krise, die wir gerade haben, um das Zeug kiloweise aus den Supermärkten zu schaffen. Folgerichtig gibt es jetzt natürlich Engpässe. Das heißt, die Regale sind leer, ebenso wie Mehl. Das zweitwichtigste im Haushalt, denn wer braucht schon nicht 30 Kilo Mehl zu Hause und 50.000 Rollen Toilettenpapier auf jede Krise vorbereitet. Alles in allem muss ich sagen, dass das ein wirklich außergewöhnlicher Ausschussgegenstand ist, dem man gar nicht genug Interesse beimessen kann. Das heißt, ich würde euch empfehlen, möglichst viel davon zu kaufen. Wie gesagt, unten findet ihr natürlich einen Link in der Videobeschreibung. Gerne dort mal reinklicken. Und jetzt natürlich Spaß beiseite. Ich hoffe, die kleine Review, das kleine Video zum 1. April hat euch Spaß gemacht. Ihr fühltet euch ein bisschen unterhalten, um natürlich durch diese kleine C-Krise, die wir hier auf dem Kanal nicht weiter nennen wollen, durchzukommen. Ich hoffe, ihr kommt selber sehr gut durch die Krise. Euch geht es gut, euren Familien geht es gut und wir sehen uns bald in aller Frische wieder, wenn im Sommer vielleicht wieder die Kontaktverbote aufgehoben werden und die ganzen Veranstaltungen. Und ja, Buschkrafttreffen auch einfach weitergehen dürfen. Vielleicht sehen wir uns da mit einer Rolle Klopapier. Bis dahin. Tschüss, tschüss.